Hallo lieber Kevin, Arlet, Fußball ist nicht immer nur Schönspielerei, schnell oder manchmal auch langsam, es ist auch ein Kampfsport und du bist voll drin im Kampf, denn du, oder dich hat es leider mit Hippel-Lindau einer wirklich tückischen Krankheit erwischt, die auch noch nicht so erforscht ist, wird auch nur in Freiburg, in Münster oder in Brüssel im Ausland behandelt, deswegen möchten wir von der TSG dir alles, alles Gute wünschen, von Herzen, bei uns ist es ein bisschen lauter gerade, weil es wird hier gerade ordentlich der Rasen gemäht, weil wir haben ja noch zwei Spiele vor Weihnachten, oder besser gesagt eins hier in der Rhein-Neckar-Arena, aber deswegen muss der Rasen natürlich gepflegt werden, also kämpf weiter Junge, du schaffst es, denk dran, die Erde dreht sich immer weiter und du musst einfach dranbleiben, alles geben, wir wünschen dir von Herzen alles Gute und Trikot von unserem Shootingstar unterschrieben, Reece Nelson ist schon unterwegs zu deinem Papa, der das dir dann natürlich auch geben wird, alles, alles Gute und ich möchte natürlich auch im Namen der TSG Hoffenheim, dem Ärzteteam, die Hippel, Linda und vor allem dich behandeln, recht herzlich danken, das ist Dr. Bonner, Professor Knöfel, Professor Stummer, Dr. Holling und natürlich auch deine beiden Physiotherapeutinnen, Lisa und Tabea, die ordentlich an dir rumkneten. Kevin, alles Gute aus der Rhein-Neckar-Arena in Hoffenheim.